Ja, es ist natürlich nach dem Wochenende jetzt eine Situation auch eingetroffen, wo wir für uns schon sagen können, dass wir in den letzten Wochen und Monaten uns eine Ausgangssituation erarbeitet haben, die so nicht zu erwarten war. Aber trotzdem ist es klar und deutlich zu sagen, dass wir eine ganz schwierige Phase immer noch haben als Verein mit der Mannschaft. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Sieg nicht zu hoch hängen, weil es wird mit Sicherheit auch in dieser Saison noch den einen oder anderen Rückschlag geben, wo wir klare Gedanken behalten müssen, wo wir auch geduldig weiterarbeiten müssen. Deshalb ist es so, dass wir am Wochenende nach dem Spiel eine kleine Hiobsbotschaft hatten mit Andi Buchner, der definitiv bis Saisonende ausfällt. Das ist ein schwieriger Schlag für uns, keine Frage. Trotzdem haben wir so viel Power in dem Kader, dass wir das kompensieren werden. Da bin ich absolut zuversichtlich. Jetzt haben wir, seitdem ich hier begonnen habe, doch noch mit Altlasten zu kämpfen. Ob das ein Fabian Gerber ist, ob das ein Malte Metzhelder ist, ob es ein Moritz Hartmann ist. Und jetzt das Neue mit Andi Buchner haben wir vier wichtige Spieler, die momentan im Kader noch keine Rolle spielen. Das kompensiert die Mannschaft doch sehr, sehr gut. Fakt ist aber auch, dass wir am Wochenende auf einen Gegner treffen, der ganz, ganz schwer zu bespielen ist, der unberechenbar ist dieses Jahr. Wir werden ein ganz schwieriges Auswärtsspiel haben. Wir müssen versuchen, dass wir, wie ich es eben schon gesagt habe, das andere alles ausblenden, uns nicht beeinflussen lassen von Dingen, die zweitrangig sind. Wichtig ist für uns, dass wir genau den Weg auch weiterhin behalten und auch den Weg gehen, den wir in den letzten Wochen und Monaten eingeschlagen haben. Dass wir Woche für Woche die Spiele so angehen, dass wir punkten wollen, dass wir eine gewisse Geilheit auf Siege bekommen, die in den letzten Monaten nicht so selbstverständlich war. Und das ist eine brutal harte Arbeit, so etwas hinzubekommen. Und die Mannschaft muss sich genauso präsentieren, wie sie sich in Dresden auch schon präsentiert hat im Auswärtsspiel und auch in den vergangenen Heimspielen. Dann denke ich, dass wir auch in Bochum was mitnehmen können. Aber Fakt ist, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass wir unseren Weg nicht verlassen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Trainingswoche ist bis jetzt sehr gut verlaufen. Die Laune ist gut. Durch Erfolgserlebnisse fällt einem doch den einen oder anderen auch eine härtere Einheit etwas leichter. Aber Fakt ist auch, dass wir jetzt gerade bei den neuen Witterungsverhältnissen aufpassen müssen, dass wir nicht bequem werden. Die Mannschaft muss wissen, dass wir mindestens zehn, elf Punkte noch brauchen bis Saisonende, um unser großes Ziel zu erreichen. Dass wir dann auch diesen Platz behaupten, den wir momentan einnehmen. Den wollen wir auf gar keinen Fall mehr hergeben. Thomas, der FC, ihr könnt das mal vorlegen. Außer Frankfurt gegen Aachen. Und sonst müssen die anderen nachlegen. Ist das ein Vorteil? Es gibt keinen Vorteil. Die Spiele müssen gespielt werden, unabhängig ob es am Freitag ist oder am Sonntag oder am Montagabend. Es ist eine Phase der Saison, wo alle Mannschaften, die unten sind, unbedingt punkten wollen, müssen. Doof ist es dann, wenn man der Letzte ist am Spieltag, der den abschließen muss, dass alle anderen vorher gewonnen haben. Das stimmt schon. Da kann schon der psychische Teil eine kleine Rolle spielen. Aber Fakt ist, wir fahren nach Bochum. Wir haben einen Gegner, der, wie ich es eben schon gesagt habe, eigentlich vor der Saison eine ganz andere Zielsetzung hatte. Sie haben einen sehr starken Kader, sie kompensieren unheimlich viele Ausfälle. Das sieht man dann auch in den letzten Wochen, da haben sie einen kleinen Durchhänger. Aber wir müssen davon ausgehen, dass da eine Mannschaft am Wochenende auf uns trifft, die unbedingt gegen uns gewinnen will und eigentlich auch muss. Und wir müssen alles, auch wie in den letzten Wochen, reinwerfen in das Spiel, dass wir punkten können. Und deshalb denke ich, dass wir ein ganz, ganz schweres Spiel haben. Und man kann nicht von einem Vor- oder Nachteil sprechen, wenn es am Freitagabend ist. Muss man die Mannschaft überhaupt noch motivieren? Weil zu Hause hat man 5 zu 3 verloren nach einer 3 zu 1 Führung. Hat die Mannschaft darüber gesprochen, dass sie sagt, die wollen wir unbedingt schlagen? Nein, wir wollen uns auf das fokussieren, was jetzt, heute, hier und jetzt ist. Und wir brauchen jetzt auch nicht mehr zurückschauen, auch wenn der Gegner natürlich uns damals eine sehr, sehr harte Heimniederlage zugeführt hat. Das ist Vergangenheit. Natürlich ist es umso schöner, wenn der ein oder andere mehr angestachelt ist, um das wieder wettzumachen. Aber Fakt ist, egal wie das Spiel ausgegangen wäre, ob wir es jetzt gewonnen hätten oder unentschieden damals gespielt hätten, spielt es in dieser Situation, in der wir uns jetzt etwas rausgearbeitet haben, aber noch lange nichts erreicht haben, keine Rolle. Weil wir brauchen Punkte und deshalb spielt es keine Rolle, ob wir damals verloren oder gewonnen hätten. Klar ist, dass wir am Wochenende nach Bochum fahren und punkten wollen und werden alles auch dann setzen. Es ist ja eben schon so ein bisschen angeklungen, dass so im Moment wirkt, dass der größte Feind ist, dass es zu einem gewissen Spannungsabfall kommt. Im Moment ist die Mannschaft neun Spiele ungeschlagen, es hat einen Sieg gegeben. Man könnte so das Gefühl haben, man hat die Kurve gekriegt, es läuft ganz gut. Was lässt man sich so im Training einfallen, um die Spannung hochzuhalten? Denn, wie es schon angeklungen ist, noch sei der ja nicht so weit, noch sei der nicht durch. Wie hält man da die Spannung hoch? Ja, es ist natürlich Fakt ist, dass wir eine ganz schlechte Ausgangssituation hatten und die Jungs das auch sich brutal erarbeitet haben. Und jeder weiß, der schon lange im Fußballgeschäft dabei ist, dass man mit 25 Punkten, man braucht nur auf die Tabelle schauen, nicht von einem Klassenerhalt sprechen kann und man auch nie das Gefühl kriegen darf, dass man sich zurücklegen kann. Weil wenn man da keine Punkte mehr holt, dann ist man schnell wieder da, wo man eigentlich nicht hin will. Und ich denke, dass wir gut beraten sind, dass wir genau so dieses Trainingspensum und die Inhalte so weiterfahren, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Dass die Mannschaft dann etwas mit mehr Selbstbewusstsein sogar diese Einheiten absolvieren kann, das ist umso schöner. Aber trotzdem müssen wir wissen, die neuen Spiele hin oder her, dass wir die nicht verloren haben, zeigt, dass wir als Mannschaft Stabilität gewonnen haben. Das tut gut zu wissen, aber wenn man auf die Tabelle schaut, haben sie uns zwar schon einen Schritt vorangebracht, aber nur einen kleinen Schritt, weil wenn wir diese Spiele nicht so hätten, dann wären wir in einer ganz anderen Tabellenregion. Also diesen drohenden Spannungsabfall können Sie jetzt im Training auch erstmal nicht beobachten. Erleben ist eher so als positiv, dass die Mannschaft immer selbstbewusster wird, immer mehr will, das nächste Spiel will, gieriger wird vielleicht auch, weil es gut läuft. Ja, das ist ja das, was wir versucht haben, auch immer wieder zu vermitteln. Und nach einer Woche oder auch nach vier Wochen ist sowas unheimlich schwer umzusetzen. Und da braucht man eine gewisse Zeit. Und die Jungs haben sich eine Situation erarbeitet, die natürlich für uns in den letzten Wochen nicht einfach war. Und deshalb denke ich, dass eine gehörige Eigenmotivation dazugehört, dass man so viele Punkte wie möglich jetzt noch holt, dass man absolut nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Aber wer in den letzten Jahren die Liga immer wieder beobachtet hat, der weiß, dass gerade die Mannschaften, die da in diesen Bereichen jetzt stehen, auch wenn man Hansa Rostock schon abgeschrieben hat, ich habe sie nicht abgeschrieben, sie sind in der Lage momentan auch jedem Gegner das Leben schwer zu machen. Sie können auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen am Wochenende mit einem Sieg. Deshalb müssen wir aufpassen, weil ich denke definitiv, dass es dieses Jahr bis zum letzten Spieltag geht. Und es sind noch acht Spieltage, deshalb wissen wir alle, dass es noch eine lange Zeit ist. Auch wenn Sie sich in personellen Dingen ungern vorzeitig festlegen, manchmal machen Sie es ja doch, der Andreas Buchner fällt aus, naheliegend wäre, dass der Florian Heller reinkommt. Ist da schon eine Entscheidung gefallen? Es sind einige Möglichkeiten naheliegend. Ich persönlich bin davon abgekommen, dass ich sage, die Elf, die jedes Mal gespielt haben, spielen immer wieder. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader und da muss ich natürlich auch den Jungs, die momentan etwas hinten anstehen, ein Riesenkompliment machen, wie sie ihre Arbeit und wie professionell sie das Ganze vorleben. Grundsätzlich ist es ja schon so, dass man den Eindruck hat, dass sie so ihren Stamm gefunden haben. Es gibt jede Woche einen Wechsel, aber so eine gefühlte Stammelf gibt es ja schon. Dann gibt es jetzt im Fußball diese Formel, never change a winning team. Wie sehen Sie das so? Davon halte ich nichts. Never change a winning team. Geht ja gar nicht. Andi Buchner hat sich verletzt. In dem Fall sind es zwingende Umstände, aber drumherum erwartet man jetzt auch eigentlich, wie es zuletzt gelaufen ist, dass es nicht unbedingt Veränderungen wieder gibt. Nein, ist doch klar. Ich glaube, man muss die Gesamtsituation nehmen. Wenn man sich es erlauben kann, wie andere Mannschaften vielleicht immer drei, vier Positionen Woche für Woche zu wechseln und in mehreren Wettbewerben ist, dann ist das eine vernünftige Maßnahme. Aber in der Situation, in der wir waren und auch immer noch stecken, ist es so, dass wir versucht haben, eine gewisse Stabilität in die Truppe zu bekommen als Team. Und wenn ich morgen fünf Leute austausche und wir verlieren, dann sind Sie der Erste, der sagen, wieso haben Sie das gemacht? Dann vielen Dank fürs Kommen. Und am Freitag, wie gesagt, geht es nach Bochum. Bevor wir in den Tunnel nach Bochum gehen, heute natürlich gedanklich bei den Freunden vom Eishockey. Alles Gute für den Start in die Playoffs gegen die DEG Metro Stars. Danke. 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 Danke.